heute was geht ab heute auf jeden fall mit afix hier am start wir machen auf jeden fall heute ein fortnight video leute diese heutige challenge was ausgelegt hat was was ausgedacht hat afix hat gesagt nämlich wir machen random spitzhacke rein wir wissen auf jeden fall noch nicht was wir für eine spitzhacke haben dann würde ich sagen sehen uns gleich einmal in der runde wieder und ich hoffe ich habe keine goldene oder so bis gleich leute und leute wir sind in der runde und was habe ich schneide ich habe eine lila spitzhacke das war es mit mir heute ich darf jetzt nur liederne waffen aufheben das war es jetzt komplett wir gucken auf jeden fall gleich was der liebe lukas für eine spitzhacke leute 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 wir gehen erstmal dahin wir markieren nicht weil sonst kommt damit und geiert ab leute wir markieren erstmal nicht wir gehen erst mal alleine dahin 2000 jahre später ach so leute ich habe noch gar nicht gesagt wer auf jeden fall verliert muss fünf tage noskin anziehen leute ich muss mich dann verabschieden von meinem schönen skin leute fünf tage lang warum kommen hier leute mit geht mal weg ja als nur die lange also nicht nicht bessere nicht golden oder so aber hier schon ja hier ja also der kannst du jeden einzelnen heben mitnehmen leute ich habe acht digger das war es dann also wenn ich jetzt wieder so richtig reinlack aber die spitzhacke die ich habe ist geil leute wir machen es wie wie beim cash gab damals die hier mitnehmen ach was was ist das also keine items die damage machen darfst du mitnehmen ja alle eine farbe aussah ja 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 minis nehme ich auch mit perfekt das ist das warum habe ich überhaupt so eine spitzhacke die sieht ja mies blöd aus leute leute da liegen überall nur graue waffen ja was soll ich machen bitte 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 maaa na wiete das oder ist eine insel leute das ist das für eine insel oh mein gott fast falsch schaden gestorben leute oh mein gott es gibt mir doch eine waffe ich brauche ob sich was für eine kiste bei mir ist nein nein das kann nicht sein hör auf warum und direkt reingelackt ach leute nein was ey schlüpfläser braucht zurzeit nicht man überall liegen nur grüne waffen ja vielleicht noch eine zweite ja zweite ja die gibst du mir ab dann hast du gesagt wie ja da gibst du ich habe angst zurück zu gehen ich habe nur eine spitzhacke hallo was soll das ach schade granaten darf ich auch nicht mitnehmen so ein mist man macht eigentlich angel macht keine angel macht doch keinen schaden oder also wenn du einen runter ziehst ja aber ich würde sagen angel ist erlaubt da muss aber richtig man leute jetzt wenn wir jetzt wenn wir jetzt eine lille eine waffe aus dem aus dem teich ziehen leute ach man leute was das kann doch nicht sein ich habe doch nur fische und bin das kann nicht das kann es nicht gewesen sein ich ziehe eine goldene waffe raus warum warum fort dann sagt man warum warum du es mir so bei mir gegner ja leute nein ich gehe auch aggressiv in glaube ich ach hör auf hat man jetzt noch eine mythische kiste hör auf ey das ist so das ist so das ist so geheckt ne oh mein gott oh mein gott was hast du was hast du was hast du die nimmst du jetzt mit absicht mit glaube ne ja natürlich nehme ich dir jetzt ach wahrscheinlich er spielt doppel heavy oder was eine niedlich Der Hund, holst du ihn, holst du ihn, komm. Hau ab. Kriegst du ihn? Scheiße. Nein, bitte nicht. Hau ab. Ja. Wie down? Wie hast du ihn geholt? Wie? Ey, das ist, du hast so Glück, du, ey. Man, jetzt kommt, Waffe, eine Waffe, gebe mir Lila, bitte. Nur eine einzige, dann hole ich die ganze Lobby hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, direkt ne Pam. Ich bin voll. Direkt ne Pam. Ich bin voll. Ja, wahrscheinlich, Dicke, wahrscheinlich. Junge, ich kann jetzt einfach zu Gegnern hingehen. Das juckt mich rein gar nicht mehr. Ja, du kleiner Hund. Oh mein Gott, Gegner. Ja komm, der Gegner holt dich jetzt. Der hat Golfschläger, ne? Der holt dich. Der hat Gegner ist einfach an mir. Ich weiß aber nicht, wo die sind. Ich hör die nur. Ey, nicht unter. Scheiße, da sind welche Leute. Nein. Oh mein Gott, da chillt jemand. Lasst mich. Ich bin ganz normal am Angeln. Ich angle doch nur. Die sind unter mir, glaube ich. Hä? Die sind helllich unter. Oh mein Gott, da chillt jemand. Oh mein Gott, der hat gefehlt. Oh mein Gott. Mann, Hilfe. Nein. Du kriegst keine Hilfe. Da hast du mir auch nicht Gold. Oh mein Gott, der hat gefehlt. Mann. Goldene Sniper. Einer da an. Leute, es bleibt spannend, Leute. Es bleibt spannend. Wir ziehen auf jeden Fall nur Fische raus. Ganz cool. Irgendwo beim Essen. Hinter mir Gegner. Junge, wir waren jetzt ein Gegner. Bitte helfen Sie mir. Oh mein Gott, Lila am Motorrad. Ey, das ist Lila. Oh, ich sehe ihn hier. Oho, bei mir bewegt sich was im Zimmer, Leute. Der Gegner kommt einfach in Wirklichkeit. Nein, ich habe gefehlt schon wieder. Leute, das war es mit mir. Das war das Ende, Leute. Oh mein Gott, auf dem Berg, Alter, Leute. Die bauen ja wie Weltmeister, ja. Ja, Mist, graue Waffe. Ach, du Scheiße, direkt bei mir. Ach, du Scheiße, direkt bei mir. Er hat mich nicht gesehen, Digga. Nein. Bitte. Ja, Scheiße. Er hat mich nicht gesehen, Digga. Nein. Leute, meine erste Lila in der Waffe. Ja, Scheiße. Leute, meine erste Lila in der Waffe, Leute. Scheiße, Scheiße, Digga. Ich habe ihn, Leute. Ich habe ihn. Freund ist tot, Leute. Womit habe ich eigentlich die Challenge jetzt gewonnen? Oder sind wir so ehrenhaft und holen ihn wieder, Leute? Was würdet ihr sagen? Einzelne Chat. Einzelne Chat, Leute. Einzelne Chat für Wiederbeleben, zwei. Ach so, wir streamen gerade gar nicht. Ei! Oh mein Gott! Ei! Er schießt mich an. Da ist ein Gegner links. Ja, ich habe es gesehen, Alter. Als ob ich da jetzt hingehe. Oh, Scheiße, Alter. Hier kann man nicht hoch. Hol ihn doch mit der Angel. Ja, wahrscheinlich hole ich ihn mit der Angel. Bin ich in Minecraft, oder? Das ist aber nicht gut. Also, er war schon ein bisschen gut, aber... Oh, äh. Okay, dann öffnen wir mit dem Dino. Arme, nass ich dich. Das war's. Der hat... Ja, der könnte dich auch so bauen. Tschüss! Jo! Was habe ich dir getan? Was habe ich dir getan? Gib erbarmen! Woha! Digga, was ist das? Leute! Wuhu! Genau, der Kollege hat mich auch gewollt. Dann würde ich sagen, Leute. Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video in der Stream. Bis bald, Leute. ARD Text im Auftrag desfff Super! ARD Text im Auftrag des d ey Gesprächs Und sieffen mir auf kinder so besar! Die Dino Since was apartments